Hallo Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge Squibble.io Mit dabei habe ich wieder den Zobby und den Targon Aber ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an Der kommt noch drauf Hä? Hä? Das ist fest Nein Ist das ein Verdorch? Ach egal Du hast eine Radiergummi Du hast vielleicht bloß noch 17 Sekunden Zeit Hä? Hä? Hast du das nicht? Hä? Das ist der 3 Pass Nein Ey das ist doch Osterein Ich habe so ein Osterein Osterein? Was? Kannst du keine Eier mal? Ich habe so komische Halbkreise gefühlt Ich dolbe in Heck Ich dolbe in Heck Fuck der hat hier einen Schläger Der schaut ein bisschen verkrüppelt aus der Schläge Das ist das grün malen soll, nicht gelb Da ist grün sozusagen Achso Der Schläge Der Schläger Der Schläger Der Schläger Wenn du mir mehr hier schreit oder? Warte...warte mal... Ne Ey warte mal jetzt machen wir was Ja Boah, jetzt hab ich's verschwunden, Alter. Nee, nee, man bekommt nicht weniger Punkte. Sonst hätte ich ja null Punkte. Ah, okay. Also... Drogen. Ich wollte eigentlich Mexiko entschreiben. Ja, da hab ich's dann erkannt. Das ist keine Maus! Das ist keine Maus! Hä? Jetzt bin ich verwirrt, da ist woher. Hä, was ist da los? Egal, warte. Was ist denn da los? Warte! Was ist das? Sorry! Warte, mach! Was sagt ihr dann? Knusper? Was ist das schon wieder? Hase! Hase! Das war ein Hase! Sorry. Das kann keiner erraten. Keiner! Ach, der hatte ne... So recht hast du bloß 70 Punkte. Der hatte ne Hafenpfote in der Hand, der hat einen runtergekickt. Der Mike noch. Alles klar! Alles klar! Die anderen Begriffe waren Mais und Bohnenstange! Also, Gear, du müsstest das kennen aus dem Nebel in die Texture Pack. Bis jetzt weiß ich noch nicht was das ist. Ist das die... Keine Ahnung! John Cena! Ist das die Schere? Nein! Was ist denn das? Ne Schere... Ne Schere würde ich so malen, Gear. Was ist das da? Dieser Ding, der sich bewegt. So würde ich die Schere malen. Und was hast du dann da gemalt? Ist dieses andere Teil... Es ist auf jeden Fall... Es ist auf alle Fälle PvP gewesen. Ein PvP-IT. Ist das der SONIC? Im Nebel nicht. Im Nebel nicht. Sehr schreckend. Ist das der SONIC? Ich zähle jetzt einfach... Alle... Es dreimal selbst auf. Damit schlägt man, Gear. Was schlage ich denn? Mit der Faust! Das ist... Das ist ein Löffel! Den hätte ich nicht erkannt. Einen Löffel! Den hätte ich nicht erkannt. Oha, das war ja schon. Jaja. Was ist das... Alles klar! Jetzt fängt er wieder neu an. Komm mal an! Irgendwie annimmt mich der Typ an... An das kleine Kind von Family Guy. Ich komm bloß grad nicht auf den Namen. Stewie? Ja. Ist das ein Hinweis für Ruhe oder sagst du zu uns für Ruhe? Er sch... Nein! Er schreibt ernsthaft das Wort hin. Nein! Ich dachte, die Chinesen, die meditieren doch immer. Ernsthaft? Das soll so... Das soll ein Chines sein? Na gut, man hätte es an den, ähm... An den... Strichaugen... Erkennen können, aber... Gackabohr... Nein, das soll schon ein richtiges Tier sein. Achso, ich glaub ich rein. Oh fuck! Ja, ich kann mich auch... Oh, wie heißt das? Ja, fah... Ah, ich will nicht. Ich will jetzt richtig rein. Nein! Das sind übrigens Zähne. Vielleicht noch was anderes hier. Da ist, äh... Wasser. Da ist Wasser. Ah! Ja, kein Krokodil! Das andere! Das andere! Ah, ich weiß nicht. Ah! 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 Das hab ich schon geschrieben, sorry! Echt? Ah, nie! Muhammed! Ach, keine Ahnung! Ah, warte, ne, das muss ich ein bisschen... So, perfekt! So, perfekt! Pornessage! Oh, Brot ist ein bisschen groß, aber ist egal! Hä? Es ist schwer zu malen, ich kann nicht weiß auf Mais malen. Wer ist das nochmal? Warum blutet der? Die bluten alle. Nein, die haben Handschuhe an. Gib ihm doch keine Hinweise. Ich habe sogar gefühlt von wie falsch geschickt. Gut gemacht. Ach du Schnee. Das ist ja Wasser. Lass dich davon. Du musst noch warten. Was ist das Schubbide? Ich erkenne schon wieder nichts da drin. Ich habe gedacht wir spielen deutsche Wörter. Wir spielen auch deutsche Wörter. Stimmt, eigentlich müsste das anders heißen. Stimmt. Ich weiß nicht mal. Ich weiß nicht mal, ob ich das warst. Ich weiß nicht mal, ob ich das warst. Ich weiß nicht, ich kann nicht. Selbst jetzt, wo ich das, 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 das Begriff weiß, ich darf kein Rock erkennen. Achso kein. Egal. Ach. Woher gehst du da? Alles klar. Ich weiß nicht, ich ruhe da. Ich verschwind. Fargo ist am Gewicht. Ja, ist echt so. Okay, das war jetzt. Okay, das sieht ein bisschen okay. Das sieht komisch aus. Okay. Äh. 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 Super. Oh. Oh. Ähm. Äh. 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 Ernsthaft? Ich kann nicht, ich kann nicht malen, gerade malen, wenn ich lachen muss. Ernsthaft? Ich kann nicht, ich kann nicht malen, gerade malen, wenn ich lachen muss. Ich schreibe einfach für die ganze Zeit A in Chat und dann hab ich's first try. Nein. Hahahaha. Nö. Sorry. So fühlen wir uns, wenn du für uns malst. Hahahaha. 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 Ich lass mal, ich lass mal, ich hab mal einen Daumen nach oben da gelassen. Hahahaha. Danke. Danke, danke. Ich hätte Löwenkind-Pony malen müssen. Ich dachte erst, das ist ne Steckdose, weil außenrum so ein kaputtes Kabel liegt. Nein, ich hab wieder mit dem Wasser ausgelöst. Hahaha. Ich weiß nicht. Gibt's ne Einzahl von hohen? Hehehe. Hahahaha. Waaa... Yaaa. Neeeeeeeeein. Okay Leute, das war's wieder mit SquibblyO, schaut doch auf jeden Fall mal beim Zoddy und beim Targon vorbei und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschauuu.